Schönen guten Tag, willkommen bei GWS-TV. Mein Name ist Manfred Stuhldreier, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe. Heute haben wir das Thema aktuelle Lieferadresse. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie bei einem Auftrag oder auch natürlich bei einem Angebot die Lieferadresse verändern können, eine Lieferadresse speichern können und auch eine Zusatzinformation eingeben, die auf einem Lieferschein ausgedruckt wird. Ich habe schon einmal das Programm gestartet und ich befinde mich im Rollencenter. Und werde aus dem Rollencenter heraus einen neuen Auftrag anlegen. Ich suche einen Kunden heraus, dann nehme ich mal den Kunden Meier. Dort gibt es einige Treffer. Ich nehme mal den Rüdiger Meierling. Okay. Der hat schon eine Lieferadresse. Sie sehen, der hat eine Werkstatt in Münster in der Benno-Straße 6. Die wähle ich jetzt erstmal aus, weil eigentlich gehen alle Lieferungen dahin. Okay. Dann gibt es auch eine Tour, mit der er beliefert wird. Ich nehme einfach die voreingestellte Tour Münster-Süd jetzt einmal. Gut. Damit habe ich die Eingaben vorgenommen. Es geht die Erfassungsfolge auf. Ich bestätige den Auftragstyp Anlieferung und gebe als Referenz mal ein, dass Herr Bauer angerufen hat, um diese Lieferung zu initiieren. Und die soll morgen ausgeliefert werden. Ich gebe mal den 18. ein. Gut. Das war diese Eingabe. Ich bestätige die Erfassungsfolge mit Okay. Gehe einmal in die Zeilen und suche den Artikel Bohrhammer. Er braucht also dringend einen Bohrhammer. Ich habe ihn direkt gefunden. Wir haben ihn auch auf Lager. Ich wähle ihn aus. Sie sehen, das habe ich schon mal gemacht. Der bezieht öfter diesen Bohrhammer. Ich möchte diesen Auftrag aber nicht sehen. Gehe weiter zur Menge. Gebe die Menge 2 ein. Nein, ich wollte die 2 eingeben. So, gebe die 2 ein. Damit ist der Auftrag fertig. Jetzt sagt Herr Bauer, oh Moment, wir haben ja eine neue Werkstatt. Wir haben ja noch ein Haus in der Benno-Straße dazugemietet. Und das soll an die neue gehen, an die neue Adresse, an die Werkstatt 2. Das kann ich jetzt lösen, indem ich hier unten das Register Lieferung geöffnet habe. Ich habe das schon mal vorbereitet. Und Sie sehen, in diesem Register ist jetzt im Moment die vorher ausgewählte Lieferadresse drin. Da würde sonst die Firmenadresse stehen, wenn ich keine Lieferung ausgewählt hätte. So, jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Wenn diese Adresse Benno-Straße 8, weil es ist nur eine zeitweise Anmietung einer neuen Werkstatt, dann könnte ich jetzt hingehen und einfach aus der Benno-Straße 6 die Benno-Straße 8 machen und könnte dann sozusagen temporär nur für diesen Beleg einmal die Lieferadresse ändern. Wenn ich es übrigens ganz richtig machen möchte, könnte ich natürlich oben erst einmal den Code herauslöschen. Ja, dann sollen die vorhandenen Verkaufszellen gelöscht und neue basierend auf den neuen Informationen erstellt werden. Das beantworte ich mit Ja. Und Sie sehen, dann steht hier jetzt auch die Firmenadresse drin, wenn ich also aus Versehen eine Lieferadresse gewählt habe und die könnte ich jetzt überschreiben, zum Beispiel durch die Benno-Straße 8, um dort eine Lieferadresse nur für diesen Beleg einzugeben. Das möchte ich jetzt aber nicht. Diese Werkstatt 2 soll länger erhalten bleiben. Ich möchte diese speichern. Das kann ich jetzt sowohl an dieser Stelle, ich hätte es auch gleich beim ersten Öffnen des Fensters tun können. Ich öffne jetzt einmal wieder die Liste. Sie sehen, da steht die Werkstatt hier in der Benno-Straße 6 noch drin. Also als vorhin die Liste schon einmal geöffnet wurde, hätte ich das auch schon tun können. So, ich hole das jetzt nach, weil ich jetzt erst darüber Kenntnis erhalten habe. Ich gehe über Lieferanadresse in die Kartendarstellung der Lieferadresse. Hier sehen Sie die Kartendarstellung und hier könnte ich alle Änderungen vornehmen, falls hier irgendetwas falsch ist. Sie sehen, ich habe darunter in den Inforegistern noch viele Möglichkeiten, Kommunikationsdaten, spezielle Telefonnummer, spezielle Faxnummer für diese Lieferadresse einzugeben, Abrechnungsmodalitäten einzugeben und so weiter. Soll jetzt in diesem Fall einmal nicht Thema sein. So, hier oben habe ich den Schalter Neu. Ich klicke auf den Schalter Neu. Er zeigt mir ein leeres Fenster mit der nächsten freien Nummer. In diesem Fall ist es die 2. Die bestätige ich jetzt einmal mit OK. Damit wird Rüdiger Meierling wieder eingetragen. Ich lasse es auch stehen. Und als Name 2 schreibe ich mal hinein Werkstatt 2. Als Adresse gebe ich ein die Benno Straße 8 in 48.155. Und es geht automatisch dann in Münster, da er sofort nur eine Entsprechung findet. Münster. So, damit habe ich die neue Adresse angelegt. Jetzt habe ich vorhin aber noch gesagt, ich möchte noch eine Zusatzbemerkung eingeben. Zum Beispiel ist bei dieser Adresse zu beachten, dass es dort eine enge Einfahrt gibt. Also man darf dort nicht mit einem großen Wagen hinfahren, mit einem Zug. Das würde alles nicht passen. Dafür gibt es in diesem Falle unter dem Menü Bad Navigate untergebracht Lieferhinweis Druck. Wenn ich diesen öffne, sehen Sie, bekomme ich ein Fenster, wo ich jetzt einen Lieferhinweis eingeben kann. Ich mache das mal ein bisschen breiter. Hier schreibe ich zum Beispiel jetzt ein, enge Einfahrt. Oder, dass man zum Beispiel sagt, diese Werkstatt ist nicht immer besetzt. Ich sollte vorher auf jeden Fall anrufen, falls ich diese Werkstatt 2 anfahre. Und ich könnte dort zum Beispiel eine Handynummer eingeben. Ja, unter dieser Handynummer sollte ich mich vorher einmal melden, bevor ich diese Werkstatt 2 anfahre. So, dieser Lieferhinweis Druck wird nur gedruckt, wenn ich den Lieferschein ausdrucke. Auf keinem anderen Beleg erscheint dieser Lieferhinweis. So, wenn ich jetzt diese Neuanlage mit OK bestätige, sehen Sie, ist diese Neuanlage gleich in der Liste vorhanden. Ich kann sie jetzt auswählen und mit OK bestätigen. Und somit habe ich jetzt die Lieferadresse in dem Beleg geändert und vorher dauerhaft neu angelegt. So, das soll das sein, was ich Ihnen zu diesem Thema heute zeigen möchte. Ich hoffe, Ihnen damit eine Information geliefert zu haben, die Ihnen bei der Erstellung und Benutzung von Lieferadressen weiterhilft. Haben Sie Anregungen oder Verbesserungswünsche an uns, melden Sie sich bitte via Mail unter gws-tv at gws.ms. Danke, dass Sie dabei waren.